Laut jetzigem Zeitplan schaffen wir wahrscheinlich neun Musicals in sieben Tagen. Nur? Nachdem wir letztes Jahr New York unsicher gemacht haben und so nebenbei auch irgendwie geheiratet haben, haben wir jetzt gesagt, dieses Jahr, ja, New York war doch schon ein bisschen weit. Aber wir wollen trotzdem ganz viele Musicals in ganz kurzer Zeit anschauen. Also mindestens zwei Musicals am Tag haben wir uns vorgenommen. Wenn es geht, ja. Was nicht funktioniert hat, nämlich wir fliegen nach London jetzt in ein paar Tagen und sind schon ungefähr vier Wochen im Vorbereitungsstress. Ja. Zwischen Hotel, wo isst man, aber was ist am wichtigsten natürlich? Natürlich, in welches Musical geht man, wann spielt welches Musical? Gibt es auch noch eine Mittagsvorstellung? Also so Fragen über Fragen? Laut jetzigem Zeitplan schaffen wir wahrscheinlich neun Musicals in sieben Tagen. Nur? Man könnte sogar zehn schaffen. So. Also es geht ans Londoner West End. Das ist sozusagen der Broadway von Europa. Um es mal so zu sagen. Da spielen im Prinzip ganz, ganz viele Stücke, die es auch am Broadway gibt. Und das Tolle ist, alle irgendwo auf einem Fleck. Und früher war ja London auch die Quelle des Musicals. Es hat sich so ein bisschen geändert, seitdem jetzt alles am Broadway ist. So. Wir gucken unter anderem, da sind wir am Sonntagabend direkt, kein Musical, sondern ein Theaterstück. Es ist ein Stück, in dem alles schief geht. The Play That Goes Wrong. Hast du sicherlich sehr schön englisch ausgesprochen. The Play That Goes Wrong. Ja, und wir haben dabei gemerkt, okay, wir müssen wieder so in New York machen. Ein bisschen was vorab buchen, ein bisschen was vor Ort und ein bisschen was einfach überraschen lassen. Und das ist so eine Sache. Ihr könnt bei Ticket.ts schauen, da. Das gibt es ja auch in New York. So eine Billig-Ticket-Verkaufsstelle. Naja, billig bei 151 Pfund für Book of Mormon würde ich nicht unbedingt billig sagen. Ja, aber die Tickets gibt es da immer günstiger. Nicht immer. Fast. Manchmal. Also The Play That Goes Wrong auf jeden Fall. Das gibt es günstiger. Und vor allem das Tolle ist, ihr müsst nicht so lange warten in London. Wie in New York, weil in New York, da wartet man Times Square 45 Minuten. 45 Minuten, ja. Und da, sagen sie, maximal 20 Minuten. Wir sind sehr gespannt. Und vor allem, ihr könnt auch für Morgen und Übermorgen Tickets mitnehmen, was natürlich Hardcore-Musical-Gänger wie wir... It's awesome. Ja. So, also Play That Goes Wrong. Dann kommen wir zu einem Musical, wo es... Manche sagen, es ist total schwierig, da Tickets für zu kriegen. Bei uns war es total easy. Hamilton. Ich glaube, du kriegst auch jetzt, wenn du 250 Pfund ausgeben möchtest. Bis pro Ticket kriegst du auch jetzt. Bei Hamilton war es so, am Broadway ist es ja so, dass diese ganzen Veranstalter teilweise Reihen aufkaufen und dann für 2000 Ticket, 2000 Dollar das Ticket wieder verkaufen. Das war aber günstig, 302. Da war es so, wir haben jetzt, glaube ich, für 90 Pfund in der zweiten Reihe Tickets bekommen, weil zufällig, also wenn ihr wisst, ihr geht nach London und ihr sagt, wir wollen Hamilton gucken, geht einfach täglich auf die Hamilton-Seite drauf. Die schalten immer mal wieder eine Reihe frei und dann könnt ihr quasi da buchen. Aber wer spät bucht, wie jetzt so eine Woche früher, der muss entweder sehr viel bezahlen oder kann sich nur das Theater von vorne anschauen. So, Phantom of the Opera werden wir wahrscheinlich anschauen, das ist noch nicht ganz sicher. Da kriegen wir wahrscheinlich, weil wir jemanden kennen in der Cast, Paul, wahrscheinlich Mitarbeiter-Tickets. Ich hoffe mal. So. 42nd Street werden wir anschauen. Die sind momentan sowieso rabattiert. Ist nicht gut ausverkauft. Läuft auch nur noch bis nächstes Jahr, weil was dann reinkommt in das Theater? Naja, ich habe Frozen gehört, aber auch mal so gesagt, nee, wieder nicht Frozen, weil Frozen läuft ja im Broadway momentan echt mies. Kannst du da kurz was zu sagen? Diese Frozen-Sache am Broadway? Ja, Frozen waren auch die Spekulanten eben da und haben dann ganz viele Reihen aufgekauft und jetzt merken sie, scheiße, eigentlich will niemand diese Tickets haben und die verschärben die jetzt alle für auch unter dem Listenpreis sehr, sehr häufig und die Theater sind relativ leer. Oder das Theater ist relativ leer. Gekauft, ja, aber nicht ausgebucht. Sehr schade, irgendwie ist Frozen momentan nicht so gut dabei, aber vielleicht lebentod gesagt auch länger. Wo wir auf jeden Fall Tickets jetzt schon vorab gekauft haben, wo es keine günstigen Karten gibt, ist Book of Mormon. Ja, das ist eben, wir haben zweimal Karten gekauft für Book of Mormon und für Mathilda. Das sind einfach solche Shows, da gibt es nichts. Aber das ist das Interessante. Es gibt in London viel, 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 viel mehr Ticket-Vorverkaufsstellen als in New York. Also in New York sind es so drei, vier. In London gibt es nicht nur Todaytix und das andere und Ticketmaster, da gibt es ungefähr, allein bei Book of Mormon sind in offiziellen Reseller bestimmt 20 verlinkt und jedes Ding hat eigene Kontingente. Das heißt, ihr müsst alle durchschauen. manche haben Ticketgebühr, manche haben nicht. Manche haben die Preise. Ihr könnt private Nachrichten schreiben, verteilt gerne die ganzen Links. Es ist grausam. Ich habe mich noch nie so geärgert wie bei diesem Book of Mormon Tickets. Bad Art of Hell werden wir auch anschauen. Ja. Da gibt es auch, da gibt es teilweise bei T-K-T... 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 T-K-T-A-S. 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 Genau, da könnt ihr quasi auf die ganzen Plätze, also auf 80 Prozent der Plätze im Theater draufklicken und manchmal sind Fotos hinterlegt, damit ihr seht, wie sieht man eigentlich von dort. Ja, häufig sogar. Und das hat uns wirklich gehofft. Das gibt es in New York, glaube ich, nicht. Oder wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen. Und ich glaube, das war unsere Vorbereitung. Hotel buchen, Musicals ist eh viel wichtiger als Hotel. Ja, mein Gott. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf London und wir nehmen... Vor allem, was wir tagsüber machen. Also die Abendgestaltung steht, aber was wir den ganzen Tag machen, wir haben keine Ahnung. Ja, aber wir nehmen gerne eure Tipps für London entgegen und wenn ihr noch Fragen zu London habt, was wir vielleicht in London checken sollen, wir nehmen gerne eure Fragen mit und fragen auch bei Hamilton direkt vor Ort nach, ob man noch Tickets am Abend bekommen kann. Ich glaube nicht. Wir haben auch noch drei Slots, wo wir noch nicht wissen, was wir gucken. Wir können gerne bestimmen, wenn ihr sagt, geht unbedingt in die Show zum Beispiel Dreamgirls, Young Frankenstein oder Everybody's Talking About Jamie. Everybody's Talking About Jamie. Was für ein kreatives Lied. Also wenn ihr sagt, hey, geht bitte in dieses Musical rein, weil ich will wissen, wie ist es, sagt uns Bescheid. Wir gucken auch gerne das, was ihr möchtet, dass wir gucken, damit ihr entscheiden könnt, gehe ich da rein oder nicht. Ja, wir diskutieren gerne mit euch in den Kommentaren, Facebook, Instagram und den Rest und wir freuen uns jetzt hier auf London und das Schöne ist, er muss den Koffer packen, das ist für mich aber schlimm, weil er sehr viel vergisst. So, und dann... Tickets kann ich nicht vergessen, die holen wir nämlich alle vor Ort. Ne, ich hab's schon welche ausgetrocknet. Ach, Hamilton. Oh Gott, Hamilton muss ich ja mitnehmen. Oh Gott, ich vergesse die. Hamilton gibt's keine Tickets. Haben wir da nicht was bekommen? Nein, das Paperless Ticket. Aber nun ja, ich sag dir gleich, was das ist. Ja, mach das mal. Oh Gott, ist das alles kompliziert. Ich muss ja... Wie ist das...